Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Little Nightmares In der letzten Folge bin ich diesen hässlichen Menschen empflohen Und jetzt muss ich den Supersprung machen Okay Das war gut Das war super Nein Alter Wo kommst du denn her Das ist doch nicht schön hier der Typ Vor allem nichts Aus dem Nichts kommt der wieder Sehen schon Wir kommen in Reinloven Oh Obst Ui 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 Die Meter Ne Ich finde Ich bin Schnell ruch, schnell ruch, schnell ruch. Ich habe mich auch nicht geholfen. 10 Grad. Ich habe mich auch nicht geholfen. Jetzt ärgere ich mich. Ich bin nicht zu weit gekommen, aber trotzdem. Das ist ärgerlich. Dann hat er ein bisschen ehrgeiziger. Was zu reißen. Vor allem, soweit ich hier oben bin, geht er gleich hier oben lang oder hinten lang. Oh, ist der hässlich, Alter. Ist der hässlich. So, schießen ist das. Nein, nein. Ich bin nicht hier. Geh lieber da drüber. Geh lieber da drüber. So, mein Freund. Ich muss dich mal ein bisschen verarschen. Warum? Warum? Geh einfach. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Berühst mich nicht. Geh. Mensch, er geht nicht weg. Guck. Guck. Ist der hässlich. Geh. Guck. 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 Vielen Dank Aber bei meinem Glück kommt er jetzt rein Was ist das eigentlich? Ein Stuhl? Was ist das? Was ist das? Ein Körper Ein Fernseher Was ist das? 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 Ich habe keine Ahnung Eine Kurbel war dort Eine Spieldose Der Fernseher ist scheiße Da kommt ein kleiner rein Okay Das ist schon mal gut Dass ich hier gespompt bin Gucken wir mal Gucken wir mal Das sehen Sie mal nicht Das ist egal nicht Was ist das? Das ist eine Spieldose oder was? Was ist das? Ich sehe nichts Das ist mein Problem Was ist das? Ich denke mir mal Das ich die Kurbel Mitnehmen muss Aus dem Raum Kann ich mir bloß so denken Schwer ist es halt nicht Hundertprozentig So den Koffer kann ich nicht schieben Dann werden wir das einfach mal probieren Gucken ob Dummi kommt Los druck den scheiß Knopf Druck Ne Ne Anzeh Drücken Chava Das geht Oh, da ist noch eine Karte Oh man, ich hoffe das ist richtig so Ok, ok Renner Ok Ah, fein So Mit dem sensationellen Sprung und den Raum beendet verlasse ich das Spiel und verlasse ich die Aufnahme Ich hoffe es hat euch gefallen, könnt ihr mal einen Kommentar da lassen und ich hoffe wir sehen uns wieder zur nächsten Folge Mitteln Lightmares, bye bye